Hallo zusammen, ich bin der Henry, Techrep hier bei Oakley. Ich darf mir heute mit euch die Jawbreaker angucken. Die Jawbreaker haben wir mit Mark Cavendish zusammen entwickelt, weswegen sie voll mit tollen Features gepackt ist. Die schauen wir uns jetzt einmal an. Die Jawbreaker ist vollrahmen gefasst, sprich wir haben einen extrem hohen Schutz. Wir haben ein Sichtfeld, was sehr weit nach oben angepasst wurde, damit wir perfekte Sicht auch bei vorgebeugter Kopfhaltung auf dem Fahrrad garantieren können. Wir haben ein Switchlock-Glaswechselsystem, welches es ermöglicht, das Glas extrem einfach auszutauschen. Zusätzlich haben wir verstellbare Bügel, die in drei verschiedenen Längen verstellbar sind, um jeder Kopfform gerecht zu werden. Die Jawbreaker besteht aus unserem Rahmenmaterial O-Meter, welches extrem widerstandsfähig ist und somit zusätzlich zum Glas für eine extrem hohe Sicherheit sorgt. Die Nasenpads sowie die Bügelenden sind mit unserem patentierten Anoptanium beschichtet, was für einen extrem guten Halt auch bei Feuchtigkeit oder stärkerer Belastung sorgt. Die Gläser der Jawbreaker bestehen aus unserem patentierten Plutonite-Glasmaterial, welches durch eine verzerrungsfreie Sicht besticht und einen extrem hohen Schutz gegen äußere Einflüsse bietet. Das Glasdesign ist sphärisch aufgebaut, was die verzerrungsfreie Sicht noch weiter unterstützt. Die Jawbreaker ist erhältlich in diversen Prism Sport und Prism Everyday Gläsern, die einen perfekten Kontrast für jedes Umfeld bieten. Das war die Jawbreaker. Durch ihre vielen tollen Features eignet sie sich perfekt für jegliche Outdoor-Sportarten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017